Ihren Drahtesel können Sie mit einem guten Fahrradschloss beruhigt abstellen. Aber was, wenn Sie mit Ihren Inlineskates unterwegs sind und diese beispielsweise im Biergarten ausziehen möchten? Dann brauchen Sie dieses Kabelschloss von Visotec. Die Mini-Alarmanlage ist 90 Gramm leicht und hat ein verblüffend kleines Packmaß. Sie passt in jeden Rucksack oder Ihre Handtasche. Die Stahlseilsicherung mit Aufrollmechanismus lässt sich auf bis zu 65 Zentimeter Länge ausziehen und gibt Ihnen so die Flexibilität, Ihre Wertsachen überall sicher anzuketten. Einfach anlegen und das Stahlseil mit Zahlenschloss sichert Ihre Inliner, den Motorradhelm, Ihr Snowboard oder den Kinderwagen vor Langfingern. Macht sich trotzdem jemand an Ihrem Hab und Gut zu Schaffi, schrillt sofort der bewegungsgesteuerte Alarm los. Extrem handlich, aber sicher und effektiv wie eine große Alarmanlage. Bestellen Sie jetzt und überzeugen Sie sich selbst. Bis zum nächsten Mal.